In die Hölle gehen zusammen. Ja, aber was in der Hölle zu machen? Ja, dass die Ärzte so und die wir nur in den Nether kriegen noch. Wie gesagt, ich kenn mich da nicht mehr draus. Ja, aber hier findest du jetzt nix mehr wirklich, was du brauchst. Wie gesagt. Das sind auch Ironblöcke. In diesen komischen kleinen Raum. Ja, die hatte ich jetzt nicht mitgenommen. War mir doch a little bit zu viel. Achso, jetzt kann ich das Barrel da unten rausnehmen. Ne, die Konstruktion lass ich da. Oh, ich seh grad, meine Achse ist gleich. Schwitzhack ist gleich kaputt. Da brauch ich die jetzt einfach noch. Ups. So, gleich mal schauen. Hab ich. Brauch ich auch noch. Und... Ein Trichter, ein Fluiduck brauch ich nicht. Stromkabel wären glaub ich wichtig auch noch. Ja. Dann bauen wir das mal hinten auf. Zack. Oh, scheiße. Hab ich nicht gesagt. Da hat sich wohl jemanden verbaut gehabt. Ne. Bisschen. Jetzt nicht so. Ne. Nicht so direkt. Wach mal hier in so'n blocken und ein bisschen außerhalb hängen. Von dem Raum. ich glaub da hat sich nämlich jemand noch ein bisschen verbaut gehabt noch ein klein bisschen warte wir brauchen jetzt neun sind auf ein ding ne doch mal willst 284 blöcke ok jetzt nicht mehr wirklich was zu holen können wir jetzt in die alle gehen 50 mich verarschen sich hier hoch gebaut ich glaub's ja nicht 200 250 280 284 285 ok das sollte normalerweise reichen was ich jetzt hier habe ja das sind das neben mir das sollte reichen will ich hoffen will ich wirklich hoffen jetzt brauchen wir strömen massenweise das mache ich ganz einfach so wir haben gleich 15 minuten ja aber auch schon wieder viel gemacht ne kann man nicht da rein stecken schade doch kann man aber passiert nicht das ist der fan magma crucible und gibt gas der fan kann er das nämlich schon mal herstellen was habe ich hier noch drinnen netherweck der weg muss lava einmal die habe ich auch noch momentan ok und level 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 die kommen da vorne rein exp du haben es voll nice auch schon muss man die gleich die anderen sachen noch geben die sind unten ja erstmal muss ich meine bags leeren ich geb dir die ich baue sie gerade mal alle drei ab vier drums sind schon mal fertig habe ich den magnet an ja den hatte ich an für was anderes unten sagst du die dinge habe ich gerade in der hand den den und den wenn du das aktiviert hast ist da da ok dann gib mal her warum dreck so ich hab nichts gemacht ich hab nichts gemacht ich auch nicht hast eben nur angehört ob du gefürzt hast ist das fertig ja ok das ist jetzt fertig ja die können wir aber lagern würde ich sagen ne ich lagere ich will das jetzt woanders hinpacken nein dann behalte ich meinen xp ok dann behalte ich lagere so ich tue so oben hin dann haben wir wenigstens kann ich nämlich auch weiter zaubern ja kannst du auch ich tue sie immer noch hier einlagern hier dann oh das frisst der gleich in diesem ding drin ok naja oben war das ne mach ich die mal heil kostet 17 level hohoho war teuer aber egal muss ich mal keine neue craften so zack ist zentus egal ist ihm egal draußen war das ne ne oben war das ne separate teile ok das läuft auch schon mal jetzt stelle ich unten die fertigen barrels auf falls wir sie doch noch brauchen das weiß man ja nicht haben wir milch ist auch noch voll ok können wir eigentlich auch abreißen komm weee wasser ist fertig normalerweise müssten wir eine overpowered rüstung haben für den nether warum warum hä was ist die monster doch ausgeschaltet gehabt oder die monster die hast du ausgeschaltet gas sind da set of peaceful ok kann auch sein weil die weil keiner da drin war das kann auch sein wenn wir nicht wenn keiner drin ist dann dass das da nicht passiert ich habe das eben nochmal gemacht ok wenn ich dann auf neu stelle verschwinde ich ok das weiß ich jetzt nicht gas bleiben vorher waren sie weg wo ich da war vielleicht sind ein paar die bleiben kann auch sein ist ja auch ein bisschen strange warum habe ich denn viel wertvolles dabei wenn ich jetzt sterben würde ja mal eine rüstung halt aber ist ja nicht so schlimm im bag aber habe ich noch nether weg ja nether weg dahin und einfach oh mein gott das ding ist voll lol wow die kommen auf einen zugeflogen die lieben dich die haben nicht auf mich geschossen sind auf mich zugeflogen gekommen du drehst dich um und dann ist er mit einmal gas so rein damit hier mach deine arbeit das zeug brauchen wir nämlich auch hier weiß ich was ist denn noch da drin oder hä wer soll jetzt erstmal hier das machen hier ist nämlich das ganze zeug was wir brauchen ach ja brauchen wir auch netherrack 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 blockform die habe ich auch ok aber das andere zeug nicht da ist die aber ich lasse immer kurz laufen und geh mal schnell auf toilettchen das muss ich nämlich ich hab sofort wieder bis gleich so mein vogel haut einfach ab glaubst ja nicht jetzt darf ich wieder alleine unter halter spinnen und sagen flash is dove flash is dove flash is dove was ist das lemurid brauchen wir auch brauchen wir natürlich für die standard dinge glaube ich zumindest ich jetzt kann zu gucken da sind pilze ach guck da sind diese blauen noch brauchen wir wahrscheinlich auch da ist zekuleis was wir auch brauchen ja blöcke brauchen wir natürlich bei